Jo Leute und damit, willkommen zurück zu Faktorio mit dem Flash Mit Centos, hallo! Hallo! Wir sind ein perfekter Kegel gerade gewesen Ja, irgendwie so, ne? Treiben wir jetzt Was wir treiben? Wir sollten, glaube ich, anfangen weiter zu forschen Was wir treiben? Ich werde das mal Musik anmachen bei mir Ich würde sagen, hier, weißt du was? Ah ne, wir können Liden trinken und ich machen wir das Nachdem ich die letzte Aufnahme doppelt und dreifach hochladen musste Ey, das ist dein Ernstchen, ne? Mit diesem Lila trinken, da habe ich aber gar keinen Bock drauf Wenig scheiß Urheberrechtsmüll da Oh mein Gott Puh Kümmert mich an feuchten Kegel Ja gut, wir müssen jetzt mal die Blauen fertig machen, würde ich sagen, ne? Äh, die Blauen laufen doch, oder nicht? Ja, ja, ich meint forschen Warte, das ist die falsche Kegelung Ich war ja zwischendurch noch eine ganze Weile auf dem Server Ich brauche erstmal Eisen Dann habe ich für ihn Öllieferung gemacht Immer hier oben Dass er so ein Plastik herstellen kann für die blauen Tränke Weil die dann zwischendurch auch noch leer waren Wenn du dann blaue Forschung gestartet hattest Sag mir mal einer, wo ich Dann habe ich Eisen Da sind ein paar drin Nehmen wir immer ein paar Lichter hier Macht das Macht du dann Wir haben Licht in Bögenhöfen, haben wir schon, alles klar Wir brauchen Batterie, Batterie Ich habe heute ein bisschen bei mir umgebaut Ein bisschen Sieht man ja schon so auf der Karte Hier habe ich die beiden Strecken nach oben verlegt Und Ja Voll laut auf den Ohren grad hier hinten Du musst es ja auch wieder übertreiben Und ich habe die halt alle Lichtbogenöfen Geändert Was ich gleich auch tun werde Ja Obwohl der Strom dann echt in den Keller geht Es ging bei mir eigentlich Ich habe gar keinen Und ich habe Ja gut Ich brauche dann keine Kohle mehr dann Das ist halt der Vorteil Ja genau deswegen ja Heißt nur noch erstmal um unten Strom zu generieren Siegelsteine und diese Dinger Deswegen ja Mein Stein ist ja auch komplett fast leer Unten Meine Steinader die ich da hatte Ich habe glaube ich noch welche Hier ist halt die einzige Strecke nur noch zu Und Kohle zum Energieantreiben Mehr habe ich das hier grad nicht stehen Ich habe halt ein bisschen mehr herangesetzt Dass das Ein bisschen mehr produziert wird Kurzum schauen wir was ich machen muss Also ich brauche sowieso Steine Die Leute für Schienen oder kann das sein Hm Du kalte Stelle brauche ich nicht Wie kommt das Vieh denn mit einmal her Keine Ahnung Wir haben das ja Ja gut ich weiß auch woher Guck mal da unten Wie eine Stelle Ach in der Karte unten Links Ja Ich glaube ich grenze Den Bereich hier ein Wenn du dich voll rauspern musst ey Was soll ich sagen Ich freue mich schon mal jetzt Watch Watch Roboter hangen wir alles klar Hat er Ich will halt komplett von eigentlich von der Kohle weg Auch mit Strom Naja Dafür brauchen wir halt Solaranlagen und Batterie Speicherbatterien Warum werden die denn die Batterien eigentlich sitzen Ja wo werden die Batterien dann mal hergestellt Und bei Waffen Waffen nein Das sind die die Man muss ja die kleinen Batterien noch herstellen Da sind die Zwischenproduktion Ah Schwefelsäure Ja Schwefelsäure brauchen wir Schwefel, Eisen und Water Kriege ich nochmal Schwefel Wasser und Petroleum alles klar Schwefel und Wasser Seh in der Nähe Du meinst den Seh bei mir Nein Ne ich nehme den oben Den rechts mittlerweile gleich ein Nimmst du Der würde auch noch gehen Ja Also wäre da noch Eisen Eisenstein Und jetzt Bisschen Klein Bim Bam Gut Das kriegen wir ja hin Stein Jo Das läuft halt Aufschau Pumpe Und ab ist nicht mal ne Elektronische Pumpe Oh ich ähm Kopfverläuft halt gar nichts War da gerade Das einzige war noch Eisen Aber das gibt sich auch schon so langsam Und ich weiß gar nicht Grünschaltkreise hatte ich Schon Montagemaschinen hatte ich noch gebaut Zwischendurch glaube ich Ich weiß gar nicht was ich in der letzten Aufnahme soweit fertig hatte Ich glaube die nicht Genauso wie die Förderbänder hatte ich auch nicht fertig Weiß ich nicht Und die roten Auch nicht Glaube ich Keine Ahnung Geil Aber auf jeden Fall diesen Bus Der jetzt hier ist Den hatte ich vorher nicht Für so fertig Ein bisschen übertrieben aber ich habe das halt jetzt so gelegt extra Dass ich den Platz nochmal besser ausnutzen kann Dementsprechend Was ich halt dann brauche Dass ich das so weiterführe halt Die anderen auch hinterher Und dann das andere abzweige was ich brauche Argus was brauche ich jetzt gerade Ich brauche erstmal gleich Granaten hier Die dann bald weg sprengen Eisenplatten und Kohle brauche ich An Granaten Glück und ich brauche es doch nicht Okay das ist das Ding Strombauverklamm Was ist das denn? Rilla-Paneele Kopferplatten Wie viel Geschwindigkeit hast du denn Umweltverschmutzung Geht die ohne? Wir brauchen dann den Akkumulator Verbindet sich mit dem Stromnetz Und speichert elektrische Energie Hier kommt jetzt Wasser rein Das brauchen wir dann Moratalu Moratalu Es lohnt sich ein Solarpanel zu automatisieren Wenn man es braucht Massenweise Ja dass man halt von Kohlenergie wegkommt Ja Schiefel und Petroleum Petroleum Okay Petroleum hat es sowieso schon Wie kann es gar Schiefel brauchen? Einfach nie weg Dann brauchen wir dann Stahlträger Elektronische Schaltkreise Und Kopferplatten Da Dem dem da Da So Es war irgendwie schon fast klar Dass das nicht passt Ich würde sagen Ich stelle hier Das hier Warum habe ich noch immer diese Billiglinge bei mir im Emmentar So viel Scheiß im Emmentar War der Strom weg Und das wäre gleich lustig Die ganzen Lichtbillen mit mir zu starten Ja wie gesagt Das Problem hatte ich eigentlich gar nicht Na gut Du musst den Platz halt ein bisschen drüber rücken Das ist halt das Problem Weil die halt doch Weil die halt eine Reihe nach rechts drüber sind immer Das ist halt das Problem daran Oh jetzt fängt es hier schon an Das hier Alles klar Wo braucht er denn jetzt schon Kupfer ab Von welchem Ding Ach von dem hier oder was Aha Böse böse da unten Hab ich euch nicht erlaubt Ah das sind immer nur vereint sind momentan Ja so kleine etwas sind das immer Oh unten rechts geht das auch so langsam rüber Daher kommt das nennen wir auch grad Das Eisen mit hier drauf Damit die Linie wieder durchgehen kann Du musst eigentlich schänglich das Eisen rausfiltern Eigentlich Ja ich hab ein Problem weil dieses Eisen oder Adern Die kommen zusammen gerade und da Baut sich halt Eisen drauf Hm Du musst hier eigentlich rausfiltern Ich sag ja eigentlich Warum verbraucht er eigentlich Material Ach so der macht die ganze Zeit weiter Tränke ohne Und zu stoppen Okay Hm Ach wohl ich könnte das auch erst mal hier oben Warten wir mal ab Was er gleich sagt So Machen wir mal ein bisschen Du bist angegriffen oder was ist das gewesen Hm was Bei dir Ist was explodiert Oh 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 Das ist wenn man nicht drauf achtet Hab ich denn genug Naja es geht Doch Älgert dich da jemand oder was Bei dir oder bei mir wieder Was bei dir Ach so Ach so War so nicht Ja auf jeden Fall nicht Zumindest Na gut das war wahrscheinlich das letzte Geräusch eben noch Stahlträger Ja gut die kommen halt dann von unten da ne von unten links ja auch die tappen sich da so ein bisschen Manchmal rein Ja Und da muss ich gleich mal ein bisschen was Inwerfen Ja geht ja voll auf den Keks Aber erstmal Kupfer hier Glaub ich dir Der Kupferstrang ist leer So das leite ich dann da hoch Ne ist leer Warten wir Eins zwei Drei Da würde dann von da kommen Ne warte mal Das wäre dann Der das runterlässt Ne würde das rauf gehen Ja Ist ein bisschen laut Ich hab grad Donk geguckt wo sie gelaufen Stimmt geht eigentlich auch noch ne Ja Deswegen hab ich das ja auch genommen Ich äh Wie ich dir ja geschrieben hatte Es gibt's Wirklich ne Lizenzlist Auf YouTube Okay Wo du nachgucken kannst Ich hab wenigstens zumindest bei den Komponisten nachgeguckt ob der da drin steht Steht da nämlich gar nicht Wo haben wir denn die nebenbei Weil Aber dann wäre das nämlich auch komisch dann würde das nämlich auch alles gefleckt werden Ich hab noch Stardew Valley Musik Kannst du auch nehmen So Montageeinheiten Da 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 Und da eine hin So und dann brauchen wir da am Platz 2 Aber da ist so ein bisschen rein Bei denen Ja die Wurde die Konki bestimmt hab ich die mal rausgenommen Wahrscheinlich Ja ich hab das ja jetzt über Spotify laufen deswegen Man hat drei Komponente waren was ne Ja Stahl Elektron Kupfer Okay der unten ist auch schon mal wieder fertig hier Dann kann ich hier den Kupfer lang laufen lassen Ja Ja Das klär ich hier Wo Pär ich hier Jetzt sortiert er das Okay scheint es zu sortieren Ja Tut er Ja Ja So Da brauch ich noch kein Licht anbringen Sack 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 Dup Dup Und Dup Okay Überall kaum Licht hat Mhm Geil Oder du hast grad bei dem kein Licht wo du grad was hinsetzt Ja Das ist auch immer gut Dann wurde ja wie allgemein kein Licht Mhm Bist ja auch schlecht Nö Nö Jetzt einfach was hin Oh Cheat Alles besser Gut dass ich immer noch so viele rote Laufbänder hab vom letzten Mal Wo ich hier halt alles verlängert hab Wie viele Laufbände ich jetzt mittlerweile habe Wie ist das voll Na gut Ich hatte irgendwie vier Stacks oder so Vier oder fünf Stacks Okay Die verballer ich grad soweit Okay Die verballer ich grad soweit Na jetzt wird's lustig Okay Mö Ja Ah Blinkt einmal jetzt komplett durch hier So Ah Das geht so gar nicht Da geht's Na doch ich muss alles gleich noch einen Tick hochsetzen Ist aber egal Irgendwas ist bei dir wieder Ertackung Cool Cool wenn man das nicht mitbekommt Cool wenn man das nicht mitbekommt Hahahaha Du scheiße Oh die nerven grad ganz schön ey Die sind hier kaputt So Okay Ich hab ein bisschen Reparierenwerkzeug dabei Ich hab ein bisschen Reparierenwerkzeug dabei Ja du kannst auch Bauroboter für nehmen ne Ja wenn ich die hab Die können das auch Die können das auch So die Kupfer Das wär dann Das wär dann Das geht nicht Oh Kupfer war das mittlere Band Da würde das zucker so funktionieren Zack Leichten hast du wieviel Inventarplatz hab ich noch Nur wieviel Dann machen wir das trotzdem so So Cooler sollte man dafür da ausreichen Kupfer Hab ich in der Kiste noch irgendwo rumfliegen Bestimmt nicht Natürlich Wie ich das hasse Alles rein Wenn du uns einen Tick zu weit Runtersetzt Und am nächsten noch scheiße Falsch So Ach ne Das ist weg Wir tun es trotzdem so 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 Erreicht Das Das Dann kriegt erstmal eher da vier Ich glaub das Kommt kein Alarm wenn da kein Ähm Satellit ist ne Äh Kein Radar ne Weiß ich nicht Okay Weiß ich nicht Pinder sind ja auch kaputt die Augen Mh So und nicht Brauch ich fünf Pro Ding Das wären nochmal vier extra Das kann Dann schildern wir welche her Mhm Aber die Linien bleiben jetzt erstmal leer Ich hab das Ding doch eben abgebaut Was ist denn das? Torn bleibt alles leer Das ist okay Gibt's erstmal keinen Nachschub für alles Achta Aber ich noch wenn ich die Arme nehme Okay 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 zack Den scheiße wieder raus Ja Rrrrrrrrrrrrrrrrrrr Ähh Ich hasse nicht wegen Ölfen austauschen Wir den Platz daneben oder was? Weil der Platz halt weg ist Achso das andere war dann noch die elektro wo bräuchte denn hier noch den weg und den weg also tschüss ich krieg da gleich keine mehr platz oder so ist doch normal wie was so zack brauch ich nicht mehr das brauchst du nicht mehr die ganzen kohlewege ich find die jetzt eigentlich so tschüss weg weil der wieder meckert kein platz kein platz sagt der lachs tschüss eine holzkiste da tschüss diese scheiß dunkel Leute okay billigdinger da auch weg wo ist es oh meckert da eine eisenbahn weg wo er glaub ich schon wieder da getötet hat alles okay 13 lichtbögenöfen das ist schon mal nicht mal schlecht knüppel die mal durch mit freund 13 13 so das brauch ich dann da auch nochmal zack das machen wir dann so zack zack auf der weg bleibt der gleiche das kupfer da ist und da da machen wir das so oh cool keine fließbänder mehr das beste was man haben kann keine fließbänder mehr ja und auch keine eisenzahnräder deswegen mehr ok dann stell ich mich mal beim post ran und sammeln bisschen ein hihihi und hopp 20 stück da da mal gucken ob das von der strecke aus reicht 20 stück jetzt brauche ich das eisen wieder auf dem band hier nein fehlen ein paar ok das muss ich nur einen rüber setzen ach so eigentlich so mon